Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 1. So, wir machen jetzt erstmal hier den ersten Aussichtspunkt direkt. Lalala, ich habe mich gerade voll komisch angekündigt sein. Weiß ich nicht. Ich finde das ja wesentlich cooler auf dem Kreuz als hier. Synchronisieren. Wo muss ich denn hinspringen? Da vorne. Boah, cool. So, da ist das Ding. So, hier haben wir nichts mehr, dann gebe ich mal hier unten hin. Würde ich vorschlagen. Oh, sorry. Ja, ich habe dich kurz geschubst, Junge. Übertreib mal nicht. Beinahe getötet. Das sieht anders aus, glaub mir. Dann wäre es jetzt tot. Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. Glaubst du, es kümmert deinen Gott, was mit dir geschieht? Er wird sich verletzen. Ja, hört sich egal. Ich brauche Hilfe. Ach, guck mal. Bitte tut mir nichts. Wir können tun, was uns gefällt. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Hilfe! Stirb, Junge. Mach doch, danke. Das wäre so ein komischer Scheiß-Hoppen, aber die sollte ich eigentlich vorherreden. Ich kann mich konten. Zack. Ich würde sagen, es hat ihn jetzt nicht getötet worden. Jetzt ruft doch nicht alle die Wache. Ich hoffe, es ist der letzte, ich hoffe, es ist doch riskiere ich besser nichts und eile ein. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich denn. Ich bin zwar nicht und klettert. Wo bist du? Da drüben! Tod dem Ungläubigen! Was? Mann! Alter, ihr, ich habe mir Feinde gemacht. Al-Mualim bat mich, den Sklavenhändler zu beschatten und das tat ich, aber nicht gut genug. Er hat mich entdeckt und seitdem bin ich ständig auf der Flucht. Ich muss die Stadt verlassen, aber ich schaffe es nicht allein. Helft mir und ich teile mein Wissen mit euch. Informanten-Escorter, ja. Dann bewegt dich aber schneller, Junge. Nein, jetzt blitzige ich mich von meinem Ziel weg, ey. Kannst du nicht untertauchen. Okay, doch, gar nichts. Wir sind nur ganz normale Leute. Tötet ihn! Haltet ihn! Ach, Junge, nervt nicht. Du kannst nicht überleben. So, tot. Alter, du bist Assassine. Kannst du nicht kämpfen? Jo. So, Junge. Bewegt deinen Arsch, oder schau dich. Oh, Kollege, schneller. Alter, bist du langsam, ey. Ja, das wird auch was mit jetzt fertig werden. Alter, nervt nicht. Haltet sie auf, Bruder! Haltet sie fern von mir, Alter, hier! Das ist ein jungen Mann da nur, oder? Und du bewegst es, dann taue ich dich. Meist ist auch nicht so, dass er irgendwie schnell läuft, und man starrt und so, nein, ich meine, bei Ziergang können ja noch mehr Wachen kommen. Boah, wo muss er denn hin? Ja, jetzt vorne hin, alles klar. Jetzt lauf schneller! Was kommt hier? Der hat mit dem Arsch gewackelt? What the fuck? Also, mich. Was wollt ihr? Ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Habt Dank, Bruder. Ja, bitte. Nehmt diese Karte. Sie zeigt Dalals Verstecke. Sehr nützlich, falls der Feigling flieht, statt zu kämpfen. Und so wie ich ihn kenne, wird er fliehen. Ja, er kann natürlich da einfach so durchlaufen. Oh, nee, ey. Was steht ihr da herum? Bin ja schon dabei. Ich habe mich ja nicht ganz schön erschreckt. Ahem. Kann es sein? Ja, Flagge. Jerusalemkreuze. Eins von hundert? Ja, die sammle ich aber nicht. Keine Sorge. Äh, wie war das? Nein. Alter, ihr. Alter, ihr. Was ist jetzt schon wieder los? Was mag er haben? Nervenzusammenbruch. Ich müsste einmal kurz... Na, Alter, ihr, du bist so ein... Boah, du bist halt voll die Tür. Ich habe gewählt, ihn zu spielen. Ich bin natürlich nicht beschwert. Ja, hier hoch. Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. Doch, gibt es. Für mich schon. Ich muss jetzt nämlich hier hoch. Und meine... Warte. Manchmal... Verzweifel ich. So, wo ist denn hier? Auf der anderen Seite war. Ich laufe vor eine Mauer. Ahnung, bleib stehen. Ein Meter höher. Wahrscheinlich hat man da noch irgendwo hochgekommen. Wahrscheinlich hätte ich da hochgesollt. Ist mir egal, da ging es auch. So, was gibt es hier so? Ah, hier gibt es noch einen Flaggenlauf. Verarsch mich, du nicht. Und ja, die Bürger muss ich hier auch nochmal... Oh jei. Dann bin ich gut. Oh, doch nicht. Scheiße, bauen tut er. Huch. Der ist ja verrückt geworden. Ja, ist er. Was stimmt denn? Oder denn? Da hinten habe ich ihn gesehen. Habe ich den großen Alter ihr vor mir? Welch Ehre. Ihr seid wohl wegen einer wichtigen Mission hier. Kann ich euch vielleicht helfen? Ich habe gelauscht und viel erfahren, aber ich habe ein Problem. Ich hatte einige Flaggen aus Masjaf, die ich zum Büroleiter bringen sollte. Doch verlor sie, als ich von Gesindel angegriffen wurde. Könntet ihr sie für mich finden? Ich muss zurück zu meinem Mentor, bevor er vom Markt wiederkommt. Seid also schnell wie der Wind. Ähm, ja, wo geht es denn los? Ah, ja. Warum macht er das? Selten. Warum tut er das? Weil ich es machen muss. Warte, ich sehe die Flaggen nicht. Achso. Hoppala. Ich sehe die Flaggen nicht. Ja, ich bin ein Idiot. Manchmal. So, rüber. Rüber. Hopp. Die sehe ich auch. Ja, nicht von dir. Äh. Ich kann ein bisschen konzentrieren, weil ich dir die Flaggen normalerweise nicht mache. Alter, das ist ja voll einfach. Waren das schon alle? Aber hierhin. Nein, nicht. Alter. Ich habe genau das, was ich brauche. Bauer. Das ist einfach toll. Bitte. Ich wusste, ich kann mich auf Meister Altaïr verlassen. Hier ist, was ich von den beiden Wachen nahe des Felsendoms in Erfahrung bringen konnte. Sie sprachen über einen Mann namens Talal. Sie sagten, dass er viele loyale Gefährten hat, die alle nur zu bereit sind, ihr Leben für den Mann zu geben. Wenn ihr Meister in Gefahr ist, werden sie einschreiten und ihm Zeit zur Flucht verschaffen. Das ist alles. Hoffentlich wird mein kleiner Beitrag helfen. Das Typ ist doch nett. Schön unterwürfig. Aber muss ich hier unten hin machen? Oh, nee. Bürger retten. Aber das wollte ich ja machen unbedingt. Das wollte ich nicht, Alter, ihr. Ich habe gerade keine Zeit zu bereuen. Was denn? Wo werde ich denn müde, Junge? Das war auch Wahnvorstellung, ja. Nicht runterbringen. Nein, Alter, ihr. Nein, kannst du nicht. Oh. Ich will da hoch. Ich schaffe nur zwei Folgen. Doch, lass mich entkommen. Wer einer von euch hüpft? Boah, ihr scheiß Decke. Junge, tut das mal aus. Ja, Alter, ich will kontern. Ich kriege dich. Nein, kriege du nicht. Ich schaffe mich nicht. Alter, wie viel von euch gibt es denn? Alter. Feierabend, Feierabend, sehr gut. Ich will wirklich ein bisschen schneller. Ich will mich verarschen. Jetzt springst du den Spruch. Ja, ich schaffe nur zwei Folgen. Alter, wo bist du? Was hier wohl passiert ist? Wo muss ich denn hin, um den Bürger zu retten? Das ist furchtbar. Moment mal. Ach so. Allmächtiger. Ja, Allmächtiger am Arsch. Alter, Alter. Weh, du stirbst. Oh, geht der mir manchmal auf den Keks, ey. Ach, deswegen waren sie für sie, weil so ein komischer Eingang ist. Ach so. So, was da hinten in den Bürger zu retten, Alter. Ich freue mich. Das, den ganzen Weg, für etwas, das mir nicht helfen wird. Warum mache ich es? Weil ich ein verdammt netter Typ bin. Schade. Komm, schlag zu. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Ja. Wunderbar. Da sind aber noch die Bürger. Ich sehe nichts. Einmal im Rund. Habt ihr das gesehen? Ich wollte den eigentlich gerade ein bisschen ausräumen. Ich glaube, der nämlich wahrscheinlich habe ich hier einfach Messer von. Oh, ich habe jetzt Messer. Ich habe ja jetzt Messer. Ich freue mich. War am Anfang total nützlich. Danach war die Scheiße. Fand ich. Warum tut er das passiert, wenn wir dich ihm nicht helfen? Ich muss mal ausprobieren. Du bist ein nichts. Dein Gott hat dich verlassen. Nein, hoch da. Dreckiger Diebischwerte. Ihr seid hier nicht erwünscht. Ich habe nichts falsch getan. Warum tut er das? Ich werde dir die Hände abschlagen. Bitte. Ihr tut dir weh. Stirm, Dieb. Versucht es. Lass uns nicht hin, mit dir dördchen. Haltet bitte ein. Ihr tut mir weh. Hoppala in. Dreckiger Diebischwerte. Warum sehen die mich alle? Fick dich. Ja. Ich verweck. Ungläubiger, ich werde euch in die Schranken beißen. Der Herr steht auf meiner Seite. Ungläubiger, ich werde euch in die Schranken beißen. Der Herr steht auf meiner Seite. Der Herr steht auf meiner Seite. Der Herr steht auf meiner Seite. Hätt ich geworben, zack, bist du das? Alter, wie viel wir sind. Schimmel, wo ich in den Mächtes bürten. Du kannst dich da aus aufhänden. Ja. 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 Alter, ihr steht auf. Ach, ne lege jetzt. Fick doch mal. Schlag doch zu. Ach, freut. Du willst zuschlagen, Arschloch? Schlechte Idee. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Ja. Ja. Mach das. Äh. Hilfe. Nein, ich will jetzt. Alter. Ja. Ja, doch. Ich habe Bürgerrechnet. Was ist mit seinem Ball passiert? Ich will jetzt direkt noch einmal bürger retten. Ich will jetzt direkt noch einmal bürger retten. Ah, ja. Hilfe. Bitte helft. Ja, ja. Kommt nur. Kommt nur. Hey. Euch kenne ich doch. Das ist ein Böses oben. Hm. Das ist überhaupt noch den Aussichtspunkt hier. Oh, wie geil. Oh nein, was ist passiert? Wie ist das? Na, ist das? Super. Nichts, was ich nicht tun gesehen hätte. Warum macht er das? Weiß ich nicht, Alter. Alter, jetzt geht er runter. Ja. Gott, erbarme dich. Er ist verrückt. Ja, ist er auch. So, wir machen jetzt auch den Aussichtsposten, dann ist er wieder gut für heute. Dann muss ich auch Schluss machen. Schade, ich wollte eigentlich viel mehr aufnehmen. Wir machen jetzt den Aussichtspunkt, dann speichert er nämlich. Müsste er zumindest. Dann kann ich nämlich ausmachen. Nein, alter, alter hier. Danke. So, synchronisieren. Sollte eigentlich gespeichert werden. Ja, er wird schon sein. So, katakulisiert, ja. Egal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für... Ja, das habe ich gerade schon getan. Ich bin voll klug und so. Ja, bis zum nächsten Mal bei SSS Creed. Ich hoffe, es stellt wieder ein. Es passiert dann wieder, von der letzten Mal, wir wollen ja. Ich hoffe, es war richtig gut. Vielen Dank.